Hier kommt ein ultimativer Hautärztinnen-Tipp zum Thema Anti-Aging. Und ich rede nicht von einer teuren Antifaltencreme. Die Hautbarriere hält eh alle super Zauberwirkstoffe draußen. Die dringen gar nicht dahin ein, wo man sie bräuchte, um verjüngt zu werden, sondern ich rede von einem sekundären Pflanzenstoff, nämlich von Lykopin. Lykopin färbt Tomaten rot und es liegt hochkonzentriert in teuren Apothekenkapseln vor oder im Tomatenmark. Ein Esslöffel davon mit einem Tröpfchen Öl, damit dieses Carotinoid, Lykopin, gut in unseren Körper gelangt, führt dazu, dass wir unsere Haut über die Blutbahn richtig gut mit diesem Stoff versorgen und Lykopin hilft uns, die Haut zu schützen, zu reparieren und sogar ein bisschen auch vor der Sonne noch zu bewahren. Also, guten Appetit! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!